Wir haben das im letzten Jahr auch schon mal gehabt, einen Journalisten aus Berlin, der uns so ein bisschen die Augen geöffnet hat, aus einer anderen Perspektive sich mal die Welt anzuschauen und genauso wollen wir es in diesem Jahr auch machen. Bei Augstein und Blome, da diskutieren zwei sehr bekannte und profilierte Journalisten über das politische Thema der Woche in einem verbalen Schlagabtausch. Da debattieren sie kontrovers über unterschiedliche Themen und alleine dieser Diskurs mit seinen verschiedenen Facetten liefert auch die Grundlage zu einer individuellen Meinungsbildung. Ganz sicher haben beide Journalisten viel gelesen und geschrieben, um sich ihre eigene Meinungsstärke zu bilden und unter dem Motto Im Zweifel links hat der Freitag Verleger Jakob Augstein in seinen Kolumnen auf Spiegel Online beinahe ein Jahrzehnt lang eine Chronik unserer Zeit verfasst. So, jetzt wäre es aber auch schön, dass ihr es einrichten konntet. Ich spreche gerade über die letzten Jahrzehnte und das Buch, was der Jakob Augstein geschrieben hat. Nämlich ein sehr spannendes Buch, nämlich eine spannende Epoche, die er da beschreibt und begleitet hat, in der sich die Gesellschaft doch ziemlich dramatisch verändert hat. Der Westen und seine Werte sind kompromittiert und geschwächt. Der Sozialstaat steckt in seiner tiefsten Krise. Die dramatische Ungerechtigkeit mit Reichtum und auch Chancen, sie sind ungleich verteilt und das scheint weiter zuzunehmen. Die Lüge und das Vorurteil triumphieren über die Vernunft und insofern wird es ausgesprochen spannend sein, wie Herr Augstein den aktuellen Wahlausgang unter anderem in Sachsen und Brandenburg sieht, welche Chancen er der Großen Koalition in Berlin noch einräumt, wer wie welche Probleme am ehesten in welcher Konstellation lösen kann oder ob das eigentlich total egal ist. Und deswegen freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag. Herzlich willkommen, Herr Augstein. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und mir die Gelegenheit geben, zu Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, dass Sie das nachher nicht bereuen. Also ganz kurz nochmal eben zu dem Vortrag von Edmund Stoiber. Ich finde es ja irre, der vertritt ja eine politische Richtung, die gar nicht meine ist und trotzdem war ich in allem seiner Meinung. Ich weiß nicht ganz genau, wofür das spricht. Vielleicht werde ich altersrechts oder alterslinks oder wenn die Missverständnisse und die Kontroversen der alltäglichen Politik weggeräumt sind und man zum Grundsätzlichen kommt, stellt man vielleicht Gemeinsamkeiten fest zwischen Demokraten, über die wir uns ja freuen können heutzutage. Das meine ich jetzt ganz ohne Flachs. Das Thema, zu dem ich heute zu Ihnen spreche, lautet zur politischen Großwetterlage in Deutschland und Europa. Das ist ja eine Kleinigkeit, das macht man so aus dem Handgelenk gar kein Problem. Sehr überschaubares Thema. Aber Spaß beiseite, wenn man das Thema mal ernst nimmt und wirklich versucht, eine gedankliche Position einzunehmen, die so weit über den Dingen schwebt, dass man tatsächlich die politische Großwetterlage im Blick hat, also wenn man sich das zutrauen und zumuten will, das zu machen, was sieht man dann eigentlich? Man sieht, glaube ich, einen verunsicherten Kontinent da, wo die Demokratie geboren wurde, wo die Idee der Menschenrechte ihre Wiege hat, auch die Wiege des politischen Liberalismus steht hier, wo der moderne Kapitalismus entstanden ist, also all das, was den sogenannten Westen ausmacht, ist man sich seiner selbst nicht mehr sicher. Das sieht man, wenn man so eine erhöhte gedankliche Position einnimmt. Die Dinge sind anders geworden und die Leute fragen sich, wie zum Teufel konnte das eigentlich passieren? Oder wie die FAZ jetzt am Wochenende in einem Kommentar zu Boris Johnson gesagt hat, wie konnte es bloß so weit kommen? Ja, wie eigentlich? Und ich mute Ihnen und mir jetzt mal den Versuch zu, das zu erklären. Damit beschäftige ich mich. Wie konnte es so weit kommen? Donald Trump, Boris Johnson, Marine Le Pen, Alexander Gauland, Björn Höcke. Da können einem auch noch andere Namen einfallen. Orbán, Netanyahut, Kaczynski, Strache, Erdogan. Wie konnte es so weit kommen, dass das Schicksal so vieler Länder des Westens und der mit ihm assoziierten Staaten in die Hände solcher Leute gefallen ist, die, Sie verzeihen, wenn ich da direkt werde, wahlweise Spieler sind, Schurken, Lügner, Narzissten, Tricks, da jedenfalls nicht das, was wir uns früher mal unter anständigen Politikern vorgestellt haben. Ich glaube, man braucht keine besondere politische Expertise, um die Gemeinsamkeiten dieser Leute zu sehen. Was sind denn die Adjektive, die Ihnen einfallen würden, wenn ich die Namen nenne? Mir fällt ein autoritär, nationalistisch, restriktiv, exkludierend, populistisch. Die haben sich aber nicht an die Macht geputscht, diese Leute. Soweit sie überhaupt Macht haben, ist sie ihnen in Wahlen zuteil geworden, die wir alle, glaube ich, demokratisch nennen würden. Und diese Macht haben sie dann benutzt, die Demokratie einzuschränken oder zu beschädigen oder auszuhebeln, jedenfalls zu schwächen. Und die, die noch keine Macht haben, also die Kollegen von der AfD, die sie gerne hätten, ich glaube, wenn man sie ließe, würden den gleichen Weg gehen. Wir beobachten also, wie die Demokratie in vielen Ländern des Westens und in solchen, die dem Westen angeschlossen sind, mit den Mitteln der Demokratie selber beschädigt wird. Das sieht jeweils anders aus. In den USA funktioniert das anders als in England und in Israel funktioniert das anders als in Polen. Aber die Gemeinsamkeiten sind so frappierend, dass man schon mit Absicht darüber hinwegsehen muss, um sie nicht zu bemerken. Und ich glaube, dass genau das geschieht. Es wird mit Absicht darüber hinweg gesehen, weil sich der sogenannte Westen sonst Fragen stellen müsste, denen er lieber ausweicht. Ich schlage Ihnen jetzt eine Erklärung für diese Symptome vor. Ich nehme an, dass die Ihnen nicht gefallen wird. Aber es ist die beste, die ich bisher bekommen habe. Und vielleicht haben Sie eine bessere, dann höre ich Ihnen sehr gerne zu. Die Erklärung geht so. Die Wurzeln des gegenwärtigen Übels reichen eine Weile zurück in unsere Vergangenheit, bis zum Ende der 80er Jahre, als eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Großideologie im Westen zum hegemonialen Denken wurde. Der Ökonom John Williamson sprach damals, oder prägte damals den Begriff vom Washington-Konsensus. Sie wissen, was jetzt kommt. Privatisierung, Deregulierung, Steuersenkung, restriktive Haushaltspolitik bei gleichzeitiger Liberalisierung von Handel und ausländischen Direktinvestitionen und so weiter und so weiter. Da gibt es so eine Zehn-Punkte-Liste. Diese Ideologie, die noch einen anderen Namen hat, nämlich Neoliberalismus, war verantwortlich für eine gewaltige Transformation der westlichen Gesellschaften. Einerseits erlebten diese Gesellschaften einen ungeheuren Wirtschaftsaufschwung, aber andererseits eben auch eine ungeheure Spaltung. Da hat sich oben von unten getrennt. In Deutschland ist der Anteil der Haushalte, die ihre Wohnung im Winter nicht ausreichend heizen können, in den letzten drei Jahrzehnten, in denen sich die ökonomische Gesamtleistung des Landes verdoppelt hat, von 14 auf 33 Prozent gestiegen. Die Reichen sind reicher geworden, die Armen ärmer. In Deutschland sind zwischen 2000 und 2012 die Einkommen der obersten 10 Prozent und mehr als 15 Prozent gestiegen. Bei den unteren 40 Prozent gab es einen Rückgang der Einkommen. Die Steuern wurden seit 1998 für die oberen 30 Prozent gesenkt, für die unteren 50 Prozent deutlich erhöht. Solche Zahlen finden Sie in allen westlichen Ländern. Zweite Tendenz der Spaltung. Peripherie hat sich von Zentrum entfernt. Das Bruttoinlandsprodukt Pro Kopf des italienischen Mezzogiorno ist seit 1995 im Vergleich zum EU-Durchschnitt um mehr als 10 Prozent zurückgefallen. Wir haben die Gelbwesten-Proteste in Frankreich gesehen, die sich aus diesem Konflikt Peripherie-Zentrum genährt haben. Und Sie wissen auch, wo Donald Trump die entscheidenden, die wahlentscheidenden Stimmen geholt hat. Das war in Pennsylvania, Ohio und Indiana, die Staaten des sogenannten Rust-Bells. Die nächste, dritte, kontinenterschütternde Folge dieser Spaltung waren Migrationsbewegungen. Und damit rede ich nicht von denen von Süden nach Norden, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, sondern die von Osten nach Westen. Nach der Finanzkrise von 2008, 2009 stand halb Europa, Osteuropa, vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und es kam zu einer Immigrationswelle aus Lettland, Litauen und Rumänien, die ohne Vorbild war. Diese Länder verloren innerhalb von ein paar Jahren annähernd 10 Prozent ihrer Bevölkerung. Wohin sind diese Leute gegangen? Am liebsten nach England, weil sie damals als billige Arbeitskräfte dort sehr willkommen waren. Mit welchem Thema haben die Brexiteers am meisten Stimmung gemacht? Mit der Migration der osteuropäischen Arbeitskräfte. Ich glaube, dass sich der Umfang dieser Transformation, in der wir selber drin gesteckt haben, da kriegt man das vielleicht so immer nicht so richtig mit, aber ich glaube, wenn man versucht, eben das zu machen, was ja hier der Auftrag war, also eine Position zu beziehen, die ganz weit oben ist, lässt sich vielleicht am ehesten mit jener großen Umwälzung vergleichen, die Europa im 19. Jahrhundert erlebte. Damals, wie heute, stürzte der globale Kapitalismus Millionen von Menschen ins Elend. Und damit meine ich nicht den physischen Mangel, den gab es und den gibt es, sondern vor allen Dingen den Zusammenbruch sozialer Gemeinschaften und Wertesysteme. Denn egal, ob in den sogenannten Emerging Markets oder in den Industriestaaten das Wesen dieser Umstürzung lag darin, dass die Menschen durch die Androhung von Armut dazu gezwungen wurden, aktiver, flexibler und mobiler zu sein, als sie es sonst gewesen wären. Ökonomen sprechen von Aktivierung durch Armut. Der Berliner Philosoph Bündschul Hahn hat geschrieben, der Neoliberalismus formt aus dem unterdrückten Arbeiter einen freien Unternehmer, einen Unternehmer seiner selbst. Jeder ist heute ein selbst ausbeutender Arbeiter seiner eigenen Unternehmung. Hahn sagt, wer heute scheitere, der beschuldigt sich selbst und schäme sich. Und diese Scham sei der Grund, dass keine Revolution mehr möglich sei, trotz der immer größer werdenden Schere zwischen Reich und Arm. Aber um Menschen zu bewegen, das, was ich Ihnen eben beschrieben habe, freiwillig mitzumachen, braucht es noch ein bisschen mehr als Angst. Es braucht eine feste Überzeugung. Die Leute müssen glauben und die Überzeugung haben, dass das, was man da mit ihnen und ihren Gesellschaften macht, richtig und notwendig ist. Daher das berühmte Diktum von Margaret Thatcher, There is no alternative. Und daher auch Angela Merkels Mantra von der Alternativlosigkeit, ein Begriff, der von der Deutschen Gesellschaft für Sprache im Jahr 2010 zum Unwort des Jahres gekürt wurde. Diese Entwicklung ist nun am Ende. Im Jahr 2011 konnte der Wirtschaftshistoriker Nile Ferguson noch ein Buch veröffentlichen, das hieß The West and the Rest, in dem er die Suprematie des Westens feierte. Aber was wir inzwischen erleben, ist der Rückschlag des Rest of the West. Die ökonomisch und kulturell abgehängten machen auf sich aufmerksam. Und da, wo Merkel von Alternativlosigkeit geredet hat, steht jetzt eine Partei, die diesen Widerspruch in ihrem Namen trägt, die AfD. Ich habe eben vom 19. Jahrhundert gesprochen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie weit will man diese Parallele treiben? Wo stehen wir dann jetzt? Sind wir am Fern des Siegles oder in der Zwischenkriegszeit? Wie sähe Weimar heute für uns aus? Ich glaube, dass wir im Moment zum Glück niemanden sehen, auf den diese Zeilen von Stephan George passen würden. Er führt durch Sturm und grausige Signale des Frührots seiner treuen Schar zum Werk des wachen Tags und pflanzt das neue Reich. Ja, also dafür fehlt dann dem AfD-Mann Höcke glücklicherweise noch das rechte Führerformat. Aber es gibt Gegenden im Land, im Osten zumal und auch in den Dunkelstuben des Internets. Da hat sich eine Stimmung des nationalen Notstands breitgemacht und die ist ja gefährlich, denn die öffentliche Ordnung beruht auf der allgemeinen Abmachung, dass der Staat auch in der Lage ist, diese Ordnung zu garantieren. Stattdessen beherrschen vielerorts Untergangsszenarien die Fantasien der Menschen. Muslime, Ante, Portas und so, Abendland in Gefahr. Und von da ist es dann nur noch ein ganz kleiner Schritt bis zum Recht auf Notwehr. In der Flüchtlingskrise damals hat der Innenminister Lothar de Maizière gesagt, die Dinge sind aus dem Ruder gelaufen. Das war natürlich ein vielsagendes Bild. Das bedeutet, die Politik hat die Kontrolle über den Kurs des Staatsschiffs verloren. Im Griechischen ist der Kybernetes der Steuermann, der dafür sorgt, dass Kurs anliegt. Und die Kybernetik ist die Lehre von der Steuerung der Systeme. So gesehen ist unsere Gegenwart ein kybernetisches Desaster. Die Mechanismen der Regulierung versagen, aber sie tun das wahrhaftig nicht nur in der Migrationspolitik. Bis in die 70er Jahre gab es ja im Westen ein großes Vertrauen in die steuernde Kraft der Politik. Dann wurde die Politik durch die Märkte abgelöst. Deren Selbstregulation sollte letzte Antworten auf alle Fragen bringen. Und dann kam die Finanzkrise und hat diesen Glauben auch zerstört. Ausgerechnet Wolfgang Schäuble hat im Jahr 2010 festgestellt, dass der Finanzmarkt sich nur noch um sich selbst dreht, statt seine Aufgabe zu erfüllen und eine vernünftige, nachhaltig wachsende Wirtschaft zu finanzieren. Schäuble fügte damals hinzu, das müssen wir ändern. Bekanntlich wurde das nicht geändert. Unter Merkel und Schäuble gab es keine neue Selbstermächtigung der Politik. Der Glaube an die Politik ist zerstoben und der an die Märkte eben auch. Und jetzt sind wir alle übrig geblieben als Agnostiker in einer Welt, in der in Wahrheit nur noch das Rette sich, wer kann, der Reichen gilt. Ich will Sie mal an den Sommer 2016 erinnern, wenige Tage nach dem Votum der Briten, die Europäische Union zu verlassen. Da gab der britische Finanzminister bekannt, jetzt müssten wohl die Steuern erhöht werden. Damit meinte er die Steuern der Bürger. Weil man müsse jetzt dem Land und der Welt zeigen, dass die Regierung in der Lage ist, im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten zu handeln. Wenige Tage später gab er bekannt, dass die Steuern gesenkt werden müssen. Damit meinte er dann die Steuern der Unternehmen. Es geht nämlich um die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft. Ich würde sagen, für die liberale Demokratie im Westen ist nichts so gefährlich wie die Erkenntnis, dass sie gar nicht so liberal ist, sondern eben neoliberal. Und der Unterschied, der hat es in sich. Er entscheidet darüber, ob diese Demokratien als Demokratie überleben werden. Und ich glaube, dass die Chancen im Moment nicht sehr gut stehen. Aus der neoliberalen Ideologie erwachsen Krisen, denen die Regierungen mit den Instrumenten derselben Ideologie begegnen. Also noch mehr Privatisierung, noch niedrigere Unternehmenssteuern, noch weniger Arbeitnehmerschutz. Äußerungen wie die, die ich eben zitiert habe, vom britischen Finanzminister, sind auch nicht richtig geeignet, die Wut der Menschen auf ein ungerechtes System und den Zynismus der Eliten zu mildern. Jede Gesellschaft ist geronnene Ungerechtigkeit. Die Beschäftigten fürchten die Entscheidungen ihrer Vorgesetzten, aber die Vorgesetzten fürchten nicht die Entscheidungen der Beschäftigten. Das ist die Definition von Abhängigkeit. Und dieses Missverhältnis muss im sozialen, demokratischen Rechtsstaat der Ausgangspunkt aller Politik sein. Der Neoliberalismus wischt das beiseite. Ich hatte Ihnen vorhin von dem Berliner Philosophen Byung-Chul Han erzählt, der gesagt hat, Revolutionen seien heute nicht mehr möglich, weil der Einzelne immer isolierter sei. Das stimmt aber gar nicht. Revolution ist möglich. Sie hat schon begonnen. Nur kommt sie halt von rechts. Die Rechten sind dabei, die kulturelle Hegemonie zu erringen. Sie verschieben die Grenzen des Sagbaren und des Machbaren. Ich meine, es ist kriminell, Ausländerwohnheime anzuzünden, als politische Strategie unheimlich wirksam. Und es ist total unsinnig, die Europäische Union verlassen zu wollen, aber als politische Strategie offenbar sehr erfolgreich. Und es ist total unredlich, Lügen zu erzählen, als politische Strategie, aber ein Dauerbrenner. Die Linken waren dafür zu friedlich, zu nett und zu vernünftig. Sarah Wagenknecht sieht ein bisschen aus, als hätte sich Rosa Luxemburg auf der Flucht vor der Polizei bei Pirken Kloppenburg versteckt. Aber ihr revolutionäres Potenzial passte eben am Ende dann doch nur in ihr Make-up-Döschen. Und Oskar Lafontaine zettelt höchstens noch im Altersheim Randala an, aber auch nur, wenn der Brokkoli zu fest gekocht ist. Ist ein bisschen gemein, aber die beiden haben sich sozusagen ja jetzt endgültig ins Ausgeschossen. Es gab eine Zeit in dieser Großkrise, als die Linke zu reüssieren schien. In New York und Frankfurt haben Occupy-Aktivisten Straßen und Plätze besetzt, in den Börsenvierteln, in Spanien gegen hunderttausende Studenten und andere junge Leute auf die Straße. Aber diese linken Protestbewegungen gegen die Austeritätspolitik sind verpufft. Die haben über soziale Medien Leute mobilisiert, aber sie haben eben keine dauerhaften Strukturen geschaffen. Dabei gäbe es alleine in Deutschland, eigentlich, finde ich jedenfalls, wenn die Wähler tatsächlich sozusagen selbst interessiert wählen würden, jede Menge Gründe, zumindest Parteien zu wählen, die deutlich linker von den Parteien stehen, die im Moment an der Macht sind. 40 Prozent der Deutschen haben keine privaten Ersparnisse, keine Vorsorge für Alter und Familie. Laut OECD halten die unteren 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nur 6 Prozent des gesamten Nettohaushaltsvermögen. Der Gini-Koeffizient, den ich Ihnen nicht erklären muss, ist nur noch in den USA schlechter als bei uns. Also nur noch in den USA ist das Geld ungleicher verteilt als in Deutschland und Österreich. Mehr als ein Drittel aller Rentner wird ihren Lebensstandard einschränken müssen wegen unzureichender privater und öffentlicher Vorsorge. Mehr als die Hälfte der privaten Vermögen in Deutschland wurden durch Erbschaften und Schenkungen erhalten, Tendenz steigend. Und Bildungsmobilität und Aufstiegschancen durch Bildung sind in Deutschland schlechter als in den meisten anderen Industrieländern. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Also eigentlich beste Bedingungen für eine linke Partei, aber die Linken machen inzwischen eben niemanden mehr Angst. Es ist die Angst vor den Rechten, die jetzt die Politik bestimmt. Es sind nämlich die Rechten, die Politik so machen, wie der Nazi-Philosoph Karl Schmitt es empfohlen hat, mit der Gegenüberstellung von Sie und wir. Sie, das sind die Fremden, wir, das sind die Mitglieder eines imaginierten Volkskörpers. Eine solche Politik appelliert an das Gefühl, das ist menschenverachtend, aber kraftvoll. Welches Kraut ist dagegen gewachsen? Um im Kampf gegen ein Gefühl zu obsiegen, gibt es nur einen Weg. Man muss ein stärkeres Gefühl entwickeln. Das hat Chantal Mouffe gesagt, die Philosophin des linken Populismus. Ich finde, die Linke hätte tatsächlich mal den Mut haben sollen, entgegensetzen zu denken. Sie hätte das zynische Wir und Sie der Rechten durch ein humanistisches Wir und Sie der Linken ersetzen können. Grund und Anlass gab es. Sie, das sind die, die die Leute haben sitzen lassen, die den Vertrag der sozialen Marktwirtschaft gekündigt haben. Übrigens, die soziale Marktwirtschaft erinnert heute immer mehr an den Sozialismus. Super Idee, funktioniert nur offenbar nicht. Und ich finde es schade, dass das Gefühl in der Politik keinen guten Leumund hat. Ich meine, hier sitzt bei uns in der ersten Reihe ein Politiker einer Partei, die zeigt, dass man durchaus populistische Politik machen kann und dabei durch und durch demokratisch ist. Populismus ist ja bei uns ein Schimpfwort, wie ich finde, zu Unrecht, denn Populismus an sich ist nicht schlecht. Es gibt nur, der schlechte Populismus ist halt schlecht. Jede Politik, die in einer offenen Gesellschaft gemacht wird und die keine Eliten- oder Expertenpolitik ist, muss geradezu populistisch sein. Das heißt, sie muss sich an das Volk wenden und sich dem Volk erklären. Es ist dieser Zusatzistisch, der den Begriff zu Unrecht ins Negative verkehrt, ihn zu einem Kampfbegriff macht. Also Politik wird meiner Meinung nach immer dann als populistisch diffamiert, wenn man sich etwas vom Leib halten will. Und Politiker, die dem Volk aufs Maul schauen, die die Sprache des Volkes sprechen, sind nicht deswegen schlechte Politiker. Schlechte Politiker sind sie, wenn sie schlechte Politik machen. Und das Gleiche gilt auch für die Empörung. Noch so ein Wort, das in Misskredit geraten ist. Ich erinnere Sie an den Diplomaten, Dichter und Widerstandskämpfer Stefan Essel, der in seinem wirklich wunderbaren Essay Empört euch geschrieben hat, ich wünsche jedem Einzelnen von Ihnen einen Grund zur Empörung. Das ist sehr wertvoll. Wenn etwas Sie empört, wie mich die Nazis empört haben, werden Sie kämpferisch, stark und engagiert. Und man liest das und denkt, das ist doch ein schöner Satz. Empörung muss sein. Es gibt genug Grund zur Empörung. Und dann stellt man auch fest, ja, es gibt ja auch jede Menge Empörung im Land, nur leider offensichtlich die falsche. Wir sind geradezu eine empörte Republik. Die rechte Revolution ist eine Revolution der Empörung. Und ich finde es ganz bemerkenswert, dass alle, also wirklich alle, alle, alle außer den Wählern der AfD diese Entwicklung für bedenklich halten, für besorgniserregend, für katastrophal, auf jeden Fall aber ablehnen. Das ist der ganz, ganz große Konsens unserer Gesellschaft, wie es aussieht, vielleicht sogar vorerst der letzte Konsens unserer Gesellschaft. Linke, Liberale, Sozialdemokraten, Grüne, Christdemokraten, alle sind vereint gegen die AfD. Vielleicht halten Sie das für ein Zeichen der Stärke unserer Zivilgesellschaft. Ich halte es für ein Zeichen der Schwäche unserer Demokratie. Seit den französischen Wahlen im Frühjahr 2017 besteht das Dilemma jeder Politik in Europa genau daraus. Das liberale politische System ist vollauf mit der Abwehr der rechten Gefahr beschäftigt. Es geht um gar nichts anderes mehr. Das ist die Fahne, hinter der sich alle sammeln müssen. In Frankreich ging es ja damals um die Entscheidung zwischen Le Pen und Macron, zwischen einem Neoliberalen und einer Faschistin. Und selbst Europas Oberlinker Janis Varoufakis hat zur Wahl des Neoliberalen aufgerufen, um den Faschismus zurückzudrängen. Das musste wahrscheinlich auch so sein, aber solange das so ist, bleibt ja kein Raum für eine andere progressivere Politik. Da gibt es gar keine Wahl mehr und in Anlehnung an Kaiser Wilhelm gilt dann nur noch, wir kennen keine Parteien mehr, sondern nur noch Demokraten. Der Linksparteichef Rixinger hat damals getwittert, Erleichterung ist fehl am Platz, das kleinere Übel kann nicht das Postulat für Wahlen in Europa sein. Kann schon, sollte aber nicht. Denn natürlich kann man auch auf diese Weise Alternativlosigkeit als politisches Prinzip durchsetzen. Also erst spitzt der entfesselte Kapitalismus die gesellschaftlichen Zustände so zu, dass die Rechten sich zur Ressentiment-Revolution sammeln, dann verpflichtet man noch die schärfsten Kritiker des Kapitalismus als Hilfstruppen zu seiner Verteidigung und wer nicht dem Marschbefehl folgt, der wird im besten Fall als Mitglied der Stupid Left verspottet oder im Schlechtesten als Sozialfaschist oder Querfront-Dogmatiker. Das Blöde ist nur, dass der Wähler selbst da viel unempfindlicher ist als gewünscht. In den USA war das sogenannte liberale Establishment ja bass erstaunt, dass Hillary Clinton einfach nicht gewählt wurde. Das war einfach nicht vorgesehen. Der Wähler hatte aber offenbar gar keine Lust, sich in diese ganz große Koalition der Vernunft pressen zu lassen. Ich glaube, wer Wähler immer nur mit dem kleineren Übel zur Wahl verleiten will, wird sie verlieren. Das größere Übel zu verhindern mag eine Pflicht sein, eine Freude ist es nicht und Demokratie braucht dann schon auch Freude. Wenn man zur Verschwörungstheorie neigt, was ich nicht tue, könnte man sagen, der Aufstieg der Rechten kommt dem Neoliberalismus gerade recht. Handelt es sich doch um das letzte Mittel, sich die Macht zu sichern. Obwohl das natürlich auch Paradox ist, denn der Aufstieg der Rechten bedroht ja das Liberale am Neoliberalismus. Trumps Protektionismus, die Abschottungsfantasien der Brexiteers, das ist alles überhaupt nicht mehr liberal. Und es steht noch viel, viel mehr auf dem Spiel als die Wirtschaft. Es stehen ja die Lebensentwürfe der liberalen Eliten auf dem Spiel. Es geht ums Wohlfühlen in unserer aller Leben. Die Wir-Stäter, die gut erzogenen Eliten, die emanzipierten Frauen, die gleichberechtigten Schwulen, die haben alle echten Grund, sich um ihre Freiheit zu fürchten, angesichts des Erfolges der Rechten. Sie wissen, dass die Gesellschaft, die der AfD vorschwebt, weder in Genderseminars noch in Gay-Clubs, sondern eher Opis, miese Muffbude aus den Fünfzigern, wo die Polizei den Perversen schon mal mit dem Gummiknüppel die Fresse polieren kann und wo es noch nicht häusliche Gewalt hieß, wenn der Mann für Ordnung zu Hause gesorgt hat. Die Rechten könnten also den Eliten den ganzen Spaß an Kapitalismus verderben. Man kann es auch theoretischer formulieren, der neoliberale Kapitalismus zerstört die demokratischen Grundlagen seiner eigenen Existenz. Das fällt unserer Öffentlichkeit, die sich ja für demokratisch und liberal hält, nur leider sehr, sehr spät auf. Kein Wunder, würde ich sagen, sie ist voller Achtsamkeit für jene, die dazugehören und verblüffend desinteressiert an allen anderen. Der Grund für dieses Phänomen stand neulich mal in einem Entwurf des Armutsberichts der Bundesregierung, bevor er dann daraus gelöscht wurde. Zitat, die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung von einer großen Anzahl von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird. Politiker und Publizisten arbeiten auch in der liberalen Gesellschaft nicht für alle Menschen, sondern für ihre Kunden, für ihre Klientel, für ihre Leser, für ihre Wähler. Und die Abgehängten gehören eben nicht dazu. Damit konnte man sich in dieser sogenannten liberalen Gesellschaft auch ganz gut einrichten, denn wie es in einer ebenfalls gelöschten Passage des Berichts heißt, Personen mit geringerem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie Erfahrung machen, dass sich die Politik in ihren Entscheidungen weniger an ihnen orientiert. Auch das ist jetzt vorbei. In Brandenburg und Sachsen hat die AfD Hunderttausende mobilisiert, die bei den letzten Wahlen zu Hause geblieben sind. Jetzt müssen Sie sich selber fragen, was Ihnen eigentlich lieber ist, ein Bürger, der von der Demokratie so enttäuscht ist, dass er nicht mehr wählen geht oder einer, der rechtsextrem wählt. Ich glaube, dass die AfD so erfolgreich ist, weil sie notwendig ist. Das ist leider so. Demokratie ist ja nicht nur das, was einem selber gefällt. jede erfolgreiche politische Bewegung ist nur dann erfolgreich, wenn sie gebraucht wird. Das bedeutet, der Erfolg der AfD hat mit Ihnen zu tun, mit mir, mit uns allen. Und wenn das nicht so wäre, wenn Sie und ich und wir alle genug dafür getan hätten, dass die AfD nicht gebraucht wird, dann müssten wir uns mit dieser Partei gar nicht befassen. Das klingt jetzt vielleicht wie eine Binsenweisheit, aber wie die meisten Binsenweisheiten wird auch die viel zu wenig berücksichtigt. Und wenn Sie sich die Debatten im Netz gerade unter Linken oder Liberalen über die Rechten angucken, dann sehen Sie, dass die Leute alle fest davon überzeugt sind, dass das mit Ihnen überhaupt nichts zu tun hat. Es geht Sie im Prinzip nichts an. Es ist etwas, was man ausschließen kann. Man muss mit denen nicht reden, man muss sich auch mit denen auch keine Podien setzen, man muss sich inhaltlich auch nicht auseinandersetzen. Man will das sozusagen abspalten von sich. Und man will das Problem natürlich auch abschieben. Ich meine, nach den jüngsten Landtagswahlen habe ich gelesen, die AfD sei eine Ostpartei. Das wäre praktisch, weil dann könnte die Öffentlichkeit der Bundesrepublik Deutschland, die im Wesentlichen immer noch eine Westöffentlichkeit ist, einfach die Verantwortung für die AfD in den Osten entsorgen. So wie man in den 70er Jahren vielleicht den Sondermüll in die Deponie Schönberg entsorgt hat oder so. Problem ist, es stimmt halt nicht, im Westen ist die AfD eben auch erfolgreich. 19 Prozent Deggendorf bei der letzten Bundestagswahl, 16 Prozent in Heilbronn und bei der Europawahl 2019 waren es in Pforzheim 17 Prozent. Das ist zwar unter den Werten von Sachsen und Brandenburg, aber immer noch ganz ordentlich, würde ich sagen. In den 40er Jahren hat der ungarisch-österreichische Wirtschaftshistoriker Karl Polany sein Buch über die große Transformation geschrieben. Darin ging es darum, wie eben der Kapitalismus im 19. Jahrhundert die engen Grenzen des Feudalismus abstreifte und alles eroberte und sich alles untertan gemacht hat. Staaten, Gesellschaften, Menschen. Polany beschreibt in dem Buch, was eine irre Aktualität hat heute, finde ich, wie auf diese Entgrenzung ab dem Ende des 19. Jahrhunderts dann eine Einhegung folgte. Er nennt das eine Einbettung. Er rettet vom Embedded Capitalism. Und die Voraussetzung dieser Einbettung bot halt der Nationalstaat mit seiner Sozial- und Tarifpolitik, mit Handelsgrenzen und Währungskontrollen. Diese Einbettung ist nach dem Ende des Ostblocks aufgehoben worden und der Kapitalismus ist sozusagen über die Ufer getreten, wie ein Strom, der die Städte überflutet, die Felder, alles. Nicht, dass Sie mich jetzt missverstehen, ich werfe überhaupt keinen Kapitalisten vor, dass er reich und erfolgreich sein möchte, überhaupt im Gegenteil, nichts gegen Reichtum und Erfolg, null, das ist total in Ordnung, aber wir sind ja nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo James Madison gesagt hat, als Sie sich dann in Philadelphia getroffen haben, um die Verfassung der USA zu beschließen, wo James Madison gesagt hat, Aufgabe der Politik sei es, die Interessen der Minderheit der Wohlhabenden gegen die Mehrheit der Übrigen zu schützen. Wir sind doch eigentlich der Auffassung, dass die Politik das Gemeinwohl im Auge haben muss und ich glaube, dass wir dieses Gemeinwohl zu lange mit dem Wohl der Wirtschaft verwechselt haben und in dieser Hinsicht steht die Selbstermächtigung der Politik noch aus. Die Frage ist also, wie der Kapitalismus wieder eingebettet werden kann. Vermutlich bietet für uns nur der entsprechend größere Rahmen der transnationalen Institutionen eine Antwort, also die Europäische Union, über die Edmund Staber eben so großartig hier zu uns gesprochen hat. Da waren Sie noch nicht da, Staber, da habe ich nämlich gesagt, nein, 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 ich will nur sagen, ich will es Ihnen einfach auch so sagen, weil es mir wirklich am Herzen liegt, denn obwohl ich politisch, wie Sie ja vielleicht ahnen, sonst mit Ihnen gar nicht so einer Meinung bin, alles, was Sie gesagt haben, von der ersten bis zur letzten Zeit, da würde ich alles unterschreiben. Das fand ich, also da war ich ganz, irgendwie war ich ganz beglückt und beschwingt, als ich Ihnen so zuhören durfte. Diese, die Großwetterlage, um zu der zurückzukommen, von der wir hier ausgehen, die steht meiner Meinung nach also auf Sturm, denn der Vergleich mit dem 19. Jahrhundert ist ja in keiner Hinsicht ein besonders ermutigendes. Also was kommt denn als nächstes? Alles, was jetzt kommen kann, wenn das stimmt, wäre ja noch schlecht, ein Krieg oder Faschismus. Sebastian Hafner hat über den Moment der Machtergreifung der sogenannten 1933 geschrieben, es war, man kann es nicht anders nennen, ein sehr verbreitetes Gefühl der Erlösung und Befreiung von der Demokratie. Kann man sich das vorstellen? Kann das heute passieren? Es heißt, Weimar sei nicht an einer zu großen Zahl von Radikalen zugrunde gegangen, sondern an einer zu kleinen Zahl von Demokraten. Unser Weimar wäre, wenn wir den Sieg des neoliberalen, alternativlosen Denkens zuließen und den Triumph des nationalen Egoismus und der Verachtung für die Schwachen. Wenn wir also die Niederlage der republikanischen Zivilität dulden. Ist das vorstellbar? Na klar ist das vorstellbar. Es ist natürlich vorstellbar, dass der Neoliberalismus mit seinem Gift sozusagen den republikanischen Geist zersetzt und in die Hohlräume dringt dann das rechte Denken ein. 1981 hat der damalige amerikanische Verteidigungsminister Kaspar Weinberger gesagt, wir müssen sicherstellen, dass das sowjetische Imperium, wenn es aufgrund seiner eigenen Widersprüche zusammenbricht, das mit einem Wimmern tut und nicht mit einem großen Knall. With a whimper, not with a bang. Das ist ein Gedicht von T.S. Eliot. Und jetzt könnte es sein, dass nach dem Kommunismus als nächstes die Demokratie an der Reihe ist und ob sie, wenn es soweit ist, mit einem Knall enden würde oder mit einem Wimmern, das ist noch völlig offen. Mit diesem bedenklichen Zitat entlasse ich Sie jetzt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Vielen Dank.